Robin, herzlich willkommen beim FCI. Seit knapp eineinhalb Wochen bist du jetzt Teil der Schanze. Was hast du denn in dieser so kurzen Zeit bisher schon alles erlebt? Erstmal Dankeschön für die Begrüßung. Es war natürlich sehr sehr viel gleich für den Anfang. Wie du schon gesagt hast, ich bin erst relativ spontan hierher gekommen, alles angeschaut, war sofort überwältigt, weil das schon extrem viel ist, was einem hier geboten wird und ein gutes Arbeiten einfach voraussetzt. Jetzt wurde der Umzug schon erledigt, das ist jetzt auch schon da. Wir haben schon ein Haus gefunden hier, meine Frau und ich. Es ist jetzt alles schon fertig und dann bin ich eigentlich ganz froh, dass das jetzt alles erledigt ist und jetzt gilt es, richtig rein zu starten. Du sagst schon, dass der Wechsel sehr spontan zustande kam. Dementsprechend hast du für deinen Ex-Verein, den SC Paderborn, in dieser Saison auch schon Pflichtspiel bestritten. Wie fühlt man sich als Spieler, wenn man zwar zu Beginn der Saison, aber schon nach den ersten Einsätzen zu einem neuen Verein wechselt? Ja, es ist keine leichte Situation im Voraus, sag ich mal. Man macht sich schon Gedanken, wie ist die Mannschaft, wie ist das Umfeld? Macht man das mit dem Wechsel in so einer Situation oder nicht? Aber nachdem ich mir das auch alles angeschaut habe und die positiven Gespräche auch hatte, war das für mich eigentlich dann gar keine Frage mehr. Die Jungs haben mich super aufgenommen, das sagt man ja zwar immer so, aber es ist wirklich so. Also ja, wir haben uns sehr gut unterhalten, egal mit wem und es sind echt feine Kerle dabei und es ist einfach schön hier zu sein und die Atmosphäre gefällt mir sehr, sehr gut. Rein angenommen, du würdest beide Clubs nebeneinander stellen, wo liegen denn die Unterschiede zwischen dem FC und Paderborn? Ja, ich glaube alleine schon die letzten Jahre ist bei beiden Vereinen zwar vielleicht einiges passiert, aber in Paderborn natürlich ein bisschen extremer alles. Die Trainingsbedingungen waren dort gut oder sehr, sehr gut und hier ist es einfach nochmal eine Klasse besser. Also man hat noch bessere Bedingungen auch im Physiobereich etc. im Trainerteam mit dem Individualtrainer etc. Also die sind dann in Ingolstadt doch noch eine ganze Spur weiter als in Paderborn und ja, das hat mich dann auch überzeugt, hierher zu wechseln, um den nächsten Schritt zu gehen. Du sprichst es schon an, den nächsten Schritt zu erfolgen. Nach Rostock, Jena und Paderborn ist Ingolstadt jetzt deine vierte Station im Profifußball. Was hast du dir denn für deine Zeit in Bayern vorgenommen? Ja, also natürlich, dass ich den nächsten Schritt gehen kann, persönlich in meiner Entwicklung, menschlich, aber auch natürlich fußballerisch, weil ja, man hat natürlich das Ziel irgendwann mal Bundesliga zu spielen und ich glaube, der Verein ist enorm ambitioniert, was das angeht. Das ist auch das Ziel über die nächsten Jahre, wie mir jetzt schon vermittelt wurde und ja, das ist auch wichtig. Also natürlich will man ganz oben ankommen und ja, die Karriereleiter ging zwischendurch mal kurz nach unten, jetzt eigentlich seitdem toi, 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 Stein nach oben und meinetwegen kann es auch so weitergehen und ich erwarte mir hier sehr, sehr viel Positives und so wie mich die Menschen auch aufgenommen haben, wie ich das Umfeld hier kennengelernt habe und auch die Menschen, die mich hier alle sehr überraschen, wie freundlich hier alle sind. Ja, das ist natürlich was, wo man darauf aufbauen kann, wo man sich wohlfühlen kann und auch sollte, um sich weiterzuentwickeln. Weiterentwickeln möchtest du dich auch auf sportlicher Ebene. Du bist sowohl als defensiver Mittelfeldspieler als auch auf der rechten Abwehrseite einsetzbar. Welche Position liegt dir denn persönlich mehr? Ja, ich glaube schon auf der 6 auf jeden Fall, weil ich da einfach meine Stärken viel, viel mehr einbringen kann. Ich bin keiner, der jetzt 13 Mann ausdribbelt auf dem Feld gefühlt und am Ende noch die Tore schießt. Ich bin halt eher so der, der für die Mannschaft arbeitet, so ein Kämpfer halt, wie man ihn vielleicht auch nicht mehr so häufig hat heute. Und ich glaube einfach, dass ich da auch in den letzten Jahren einen guten Schritt gemacht habe nach vorne auf der 6 und ja, dass das einfach die Position ist, wo ich mich auch auf jeden Fall am wohlsten fühle. Auf dieser Position hast du auch sehr viele Spiele für Paderborn gemacht. Jetzt steht am Montag ein sehr brisantes Duell an, das Pokalspiel gegen ausgerechnet Paderborn. Hattest du denn schon Kontakt mit deinen ehemaligen Kollegen? Ja, man hat schon noch Kontakt, aber ich sage ja, der Kontakt zu vielen besteht dann auch daraus, dass es in den letzten Jahren auch zu einer Freundschaft geworden ist, nicht nur zu Kollegen. Und natürlich unterhält man sich jetzt ein bisschen mehr, wie sieht es aus und dies und jenes. Und ich habe auch noch ein paar Sachen dort, die mir dann noch vorbeigebracht werden. Also es ist eigentlich eine schöne Geschichte eigentlich und ich freue mich darauf. Letztes Jahr im Dezember hieß es schon mal FCI gegen SCP, damals auch mit dir auf dem Platz für Paderborn. Wie hast du denn das Spiel damals erlebt? Ja, damals waren wir in einer guten Phase mit Paderborn. Wir hatten davor schon zwei Zweitligisten rausgeschmissen und wussten, was man mit Ingolstadt dann erwartet. Und am Anfang war es schon ein schwieriges Spiel für uns auch, weil die Witterungsbedingungen da auch nicht ganz so gut waren. Am Ende muss man sagen, glaube ich, hätten wir auch noch höher gewinnen können mit Paderborn. Und ja, ich hoffe natürlich, dass es dieses Jahr andersrum ausgeht. Du bist laut eigener Aussage ein wahnsinniger Familienmensch. Das ist sehr unglaublich wichtig. Aktuell ist deine Frau auch hochschwanger. Ihr seid in der heißen Phase vor der Geburt. Wird es denn ein Junge oder ein Mädchen? Es wird ein Junge. Ja, freuen wir uns schon drauf. Wie beeinflusst die Geburt jetzt auch so einen Vereinswechsel? Also gab es da irgendwelche Probleme im Hinblick auf Umzug und so weiter? Naja, ich habe mir schon Gedanken darüber gemacht und mit meiner Frau auch zusammen. Die war im Endeffekt dann der erste oder der ausschlaggebende Punkt, der gesagt hat, denk gar nicht darüber nach, wir machen das. Und dann hieß es für mich einfach nur so schnell wie möglich was finden bezüglich Haus etc., wo man sich schnell einleben kann. Und das hat auch super geklappt, auch mit Hilfe des Vereins, auch mit dem Umzug etc. Und jetzt sind wir hier angekommen und fühlen uns schon sehr sehr wohl. Und jetzt haben wir noch ein paar Tage und ja, mal schauen, wie sich das alles entwickelt. Aber so eine große Umstellung oder so ist das jetzt eigentlich gar nicht. Also meine Frau hat das okay gegeben, dann haben wir das gemacht und da war ich auch ganz froh darüber, dass sie auch dahinter steht. Vielen Dank für deine Zeit. Noch einmal herzlich willkommen auf der Schanz und am Montag einen Sieg gegen deinen Ex-Verein. Danke, das hoffe ich auch. Danke.